Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Eine neue Spieltagsvorschau steht an. Gestern gab es die Prognose zum FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Das ist auch gleich das erste Spiel, über das wir sprechen werden. Und ansonsten, ja, es ist der letzte Spieltag vor der Winterpause. Vielleicht dadurch nochmal etwas besonderer. Und ja, ab nächster Woche geht dann die Hallenmeisterschaft los. Aber das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Starten wir mit dem ersten Spiel. Das ist, wie gesagt, am Freitagabend um 20.30 Uhr der FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg übertragen. Das ist eine Besonderheit, deswegen erwähne ich das jetzt nochmal. Das wird nicht nur auf The Zone gezeigt, sondern auch auf Sat.1, also im Free-TV. Wenn ihr nichts bezahlt, könnt ihr es also trotzdem schauen, wenn ihr denn einen Fernsehanschluss habt. Ja, Tabellenplatz 1 gegen Tabellenplatz 11. Die Vorzeichen sind doch ziemlich klar und deutlich. Der FC Bayern, ja, geht hier als Haushoher-Favorit ins Spiel, würde er so oder so gehen. Aber jetzt, ja, unter Berücksichtigung der zuletzt gespielten Spiele des FC Bayern München, mal mehr, mal weniger souverän jetzt gegen den VfB Stuttgart, hat doch extrem deutlich auch gewonnen, ist der VfL Wolfsburg vor allem als Negativbeispiel momentan hervorzuheben. In der Bundesliga, es läuft momentan überhaupt nicht. Es ist, ja, sehr schwach überhaupt, was abgeliefert wird. Und auch ergebnistechnisch springt da nicht viel bei heraus. Das wird Florian Kohfeldt sehr ärgern, das wird Jörg Schmadtke sehr ärgern, das wird vor allem auch die Fans des VfL Wolfsburg ärgern und jetzt ausgerechnet zu Gast beim FC Bayern München. Dennoch, obwohl die Vorzeichen auf dem Papier mal wieder so deutlich und so klar sind, wie eigentlich immer, wenn der FC Bayern spielt, und eigentlich finde ich die Heimspiele von Bayern auch meistens eher uninteressant, dieses Mal aber ist es etwas anders, weil ich mir denke, okay, der VfL Wolfsburg, er muss jetzt eine Reaktion zeigen. Und ja, sie sind gegen die Bayern auch gerne mal unter die Räder gekommen, aber trotzdem, es gab immer mal wieder Momente, wo man dachte, okay, der VfL Wolfsburg, vielleicht steckt da ja doch was drin. Und wenn da nichts drin steckt, dann wird man das morgen sehen. Der FC Bayern, ja, scheint, glaube ich, noch hungrig zu sein und will sicherlich auch mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause gehen. Und ja, Wolfsburg ist natürlich extrem geschwächt, auch in der Moral. So richtig gibt es keinen linken Verteidiger. Zudem ist es eben, der VfL Wolfsburg steht extrem unter Druck, aber auf der anderen Seite kann man sagen, sie haben nichts zu verlieren. Vielleicht ist das etwas Positives. Deswegen, ja, freue ich mich doch durchaus, das nochmal anzuschauen. Spiel Nummer zwei, das ist dann der VfL Bochum gegen den 1. FC Union Berlin. Samstag um 15.30 Uhr dann auf Sky zu sehen. Und ihr seht, da ist meine Vorfolge nicht allzu groß. Woran liegt das? Der 1. FC Union Berlin ist doch, ja, durch die sehr lange Hinrunde mit den ganzen europäischen Spielen auch gebeutelt. Und da ist momentan doch tatsächlich die Luft ein bisschen raus. Ja, sie haben sich stabilisiert gegen Freiburg, waren Spiele auf der Kippe. Trotzdem, ich glaube, Union Berlin wird erst nach der Winterpause wieder ein bisschen mehr Spaß machen. Das ist jetzt doch hartes, ja, Arbeiten um jeden Punkt. Und der VfL Bochum, da darf man aber zumindest gespannt sein, wie die Reaktion ausfällt, nachdem man beim, ja, bei den Ostwestfalen aus Bielefeld 2-0 verloren hat. Ich will jetzt nicht sagen, untergegangen ist, aber das war schon interessant, wo man vielleicht dachte, okay, der VfL Bochum, er wird sich jetzt im Tabellenmittelfeld vielleicht sogar etablieren können, wurde jetzt doch deutlich, dass es halt sich beim VfL Bochum doch immer noch um einen Aufsteiger handelt und, ja, sie um alles kämpfen müssen, um jeden Punkt, hart arbeiten müssen für alles. Und möglicherweise ist es aber tatsächlich auch für den VfL Bochum, und das wird sicherlich Thomas Reiß auch in seiner Ansprache dann so angehen, ein wichtiges Zeichen, dass man jetzt nicht Bundesliga-Siege für selbstverständlich hält und sagt, es kommt alles von alleine. Nein, der VfL Bochum muss sich wirklich alles extrem hart erarbeiten und dementsprechend erwarte ich aber zumindest gegen Union Berlin eher ein Geduldsspiel. Mal schauen, ob das was wird. Wie gesagt, meine Vorfreude hält sich da doch etwas in Grenzen. Spiel Nummer 3, Frankfurt gegen Mainz, das nächste Spiel, das kein Derby sein möchte. Die ein oder anderen bezeichnen es als Derby. Die Frankfurter wehren sich auf jeden Fall vehement dagegen, das als Derby zu bezeichnen, deswegen mache ich das auch nicht. Und das ist durchaus ein interessantes Duell zweier formstarker Mannschaften, extrem formstarker Mannschaften. Frankfurt über jeden Zweifel haben in den letzten Spielen unglaublich stark überzeugend. Nach Rückständen zurückkehren, feiten, schöne Tore machen, nach vorne ackern, arbeiten in Unterzahl und so weiter und so fort. Also Frankfurt hat auf jeden Fall langsam wieder den Esprit, den man so in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen hatte, vor allem in dieser Europa League Saison, wo sie so weit gekommen sind. Das scheint jetzt aktuell wieder möglich zu sein, auf den Platz zu bringen. Und Boree trifft jetzt mittlerweile. Deswegen ist Frankfurt ja zu Recht mittlerweile auf Platz 7 angekommen und hat weiter Kontakt zu den Plätzen nach oben. Der 1. FSV Mainz 05 auch brutal stark gegen die Bayern nur knapp verloren letzte Woche. Und ja, zu Hause vor allem, gut, sie spielen jetzt auswärts, aber zu Hause gegen Wolfsburg, gegen Hertha, den Gegnern im Prinzip überhaupt keine Chance gelassen. Das ist wirklich krass, mit was für einer Dominanz Mainz da auftritt, mit was für einer Selbstverständlichkeit. Klar, das wird jetzt auswärts ein bisschen anders sein und Frankfurt wird viel mehr dagegen halten als Hertha. Und trotzdem kann man sich hier eigentlich auf ein ausgeglichenes Spiel freuen, in dem auch beide Mannschaften eine breite Brust haben. Und ich hoffe, das wird man dann im Endeffekt auch merken. Spiel Nummer 4. Fürth gegen Augsburg. Ja, das ist ein sehr spezielles Spiel. Platz 18 gegen Platz 16. Reuter Fürth, das letzte Heimspiel haben sie gewonnen, gegen Union Berlin. Und man hat durchaus gesehen, dass das was ausgelöst hat. Unter der Woche jetzt beim BVB waren sie wirklich nicht so unterlegen, wie man das hätte möglicherweise erwarten können. Am Ende klar doch deutlich mit 3-0 verloren, aber es blieb doch bis eine Viertelstunde oder zehn Minuten vor Ende ziemlich ausgeglichen, aber es war offen zumindest. Das Ergebnis war offen und Fürth hatte Chancen, tatsächlich auch da Tore zu erzielen. Das haben sie nicht geschafft. Aber jetzt zu Hause klappt es dann vielleicht wieder, zumal jetzt der FC Augsburg auch nochmal eine andere Hausnummer ist als der BVB. Und trotzdem auch da der FC Augsburg, obwohl sie Platz 16 sind, was ich erstaunlich finde, weil sie ja eigentlich doch gut Punkte in den letzten Spielen gesammelt haben. Ja, die haben gegen Leipzig wirklich eine tolle zweite Halbzeit gespielt. 1-1 am Ende noch rausgeholt. Und das Wochenende davor, also Freitag vor einer Woche, da haben sie in Köln gewonnen. Also Augsburg ist auch auswärts dazu in der Lage, Punkte zu holen. Deswegen gehen sie hier auch als Favorit rein, aber wir wissen eben, Goethe Fürth ist nicht, sie werden wahrscheinlich trotzdem zu 99,5% absteigen oder 99,9%. Da muss man sich jetzt nicht weit für aus dem Fenster lehnen. Aber es wird spannend zu sehen sein, welche Rolle der FC Augsburg dabei spielen wird und wie sie sich da einfach schlagen. Gegen Fürth hat die jetzt doch Widerstand leisten. Und vor allem eben in einzelnen Spielen dazu in der Lage sind, auch ihre Punkte zu holen. Das hat man ja jetzt gesehen. Auf Dauer wird es oder auf lange Sicht wird es natürlich nichts. Aber ebenso in Einzelspielen zu Hause gegen den 16. sollte doch möglicherweise was drin sein. Und deswegen ist es eine interessante Konstellation. Fußballerisch darf man da nicht viel erwarten. Vielleicht vom FC Augsburg ein bisschen. Aber ja, über 50% ist die Vorfreude auf jeden Fall. Spiel Nummer 5, Hoffenheim gegen Gladbach. Und ja, da freue ich mich schon etwas mehr dann wieder drauf. Hoffenheim, eindrucksvoll gegen Leverkusen zurückgekommen. Ansonsten momentan auch wirklich in herausragender Verfassung. Sehr stabil, was man von Hoffenheim lange nicht so kannte. Dachte man jetzt auch gegen Leverkusen, okay, das wird jetzt nichts mehr. Aber sie blieben bis zum Ende dran. Innerhalb von drei Minuten vom 2-0 Rückstand zum 2-2. Also bei Hoffenheim steht wirklich eine intakte Mannschaft auf dem Feld. Auch ja doch relativ breit die Mannschaft besetzt. Das fand ich schon stark. Und Borussia Mönchengladbach als Tabellen 13. Hu, die stehen wirklich richtig unter Druck. Und Adi Hütter steht auch unter Druck. Wobei man sagen muss, vermutlich steht Adi Hütter nicht auf der Kippe. Max Eberl ist sehr geduldig, was Trainer angeht. Vor allem aber bei Trainern, die, ich glaube, 7,5 Millionen Ablöse gekostet haben. Und die Frage ist natürlich, ist das nur ein Trainerproblem? Wo liegt genau der Hase im Pfeffer? Es war jetzt auch in der Rückrunde in der letzten Saison bei Gladbach so, dass sie dann abgeschmiert sind. Da hat man das noch erklären können mit, ja, Marco Rose hat mitten in der Saison gesagt, er wechselt auf jeden Fall. Dass da dann die Luft ein bisschen raus war. Aber man hat das Gefühl, jetzt aktuell ist auch keine Luft drin. Und die Frage wird natürlich sein, herauszuarbeiten, woran liegt das genau? Was sind die Ursachen? Es wird jetzt nicht nur an Hütter liegen, es wird nicht nur an dem oder an diesem liegen. Aber irgendwas scheint da nicht zu stimmen, obwohl sie gut angefangen haben gegen Frankfurt. Aber dann so schnell immer wieder die Rückschläge zu kassieren und am Ende eben 2 zu 3 zu verlieren. Lange Zeit noch in Überzahl gespielt zu haben, aber es hat am Ende nicht mal mehr zum Punkt gereicht. Und Gladbach muss jetzt liefern. Und das ist jetzt nochmal die Chance für Borussia Mönchengladbach, ein bisschen Versöhnung reinzubringen. Wenn sie das gewinnen, dann kann man mit, ja, einem deutlich besseren Gefühl in die Rückrunde starten. Wenn sie das verlieren sollten, dann wird es ganz hart. Aber gut, das ist jetzt auch keine Überraschung und deswegen, ich freue mich drauf. Es ist eine sehr spannende Zusammenstellung auch dieser Partie wieder. Dann Spiel Nummer 6, RB Leipzig gegen Arminia Bielefeld. Platz 9, Leipzig nur 9. gegen Bielefeld 17. RB Leipzig lange geführt gegen Augsburg. Ein paar Großchancen dann noch vergeben und am Ende einen Elfmeter reinbekommen. muss man nicht unentschieden spielen aus Leipziger Sicht, dieses Spiel. Aber das zeigt eben, dass RB Leipzig noch nicht die hundertprozentige Konstanz auf dem Feld hat. Tedesco ist auch erst sehr kurz da. Man hat, finde ich, schon hier und da gesehen, was passieren kann, was möglich ist mit Tedesco. Aber, ja, dass vor allem die Winterpause jetzt auch für Tedesco und Leipzig sehr entscheidend sein wird. Nichtsdestotrotz müssen sie gegen Bielefeld gewinnen, auch wenn Bielefeld jetzt gegen Borum gewonnen hat. Sehr überzeugend, zu Null gespielt. Von daher, man darf sich hier auch zumindest darauf einstellen, dass Arminia Bielefeld sich da nicht ganz klein machen wird. Trotzdem, in aller Regel wird RB Leipzig das gewinnen. Aber Arminia Bielefeld, manchmal sind sie dann doch für eine Überraschung gut und vielleicht schaffen sie das bei Leipzig. Natürlich, wenn man in Leipzig gewinnen kann, dann wahrscheinlich jetzt noch bei der, oder während der Einfindungsphase von Tedesco. Und meine Vorfreude auch durchaus etwas erhöht. Auch eine spannende Konstellation. Das sage ich häufig, aber irgendwie trifft es hier auch wieder zu. Dann gucken wir auf das Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr. Ja, Topspiel, wenn Hertha mit dabei ist. Klingt schon etwas zynisch. Man hatte ja gedacht, dass der Anfang unter Korkut doch ganz ordentlich war. Beziehungsweise er war ja auch ganz ordentlich. Dann muss man sich aber fragen, wie kann dann so ein Auftritt wie bei Mainz zustande kommen? An sich, 4 zu 0 zu verlieren bei Mainz, ist eine Sache, da kann man vielleicht sogar noch sagen, okay, das kann an einem rabenschwarzen Tag auch passieren. Aber bei einem noch recht neuen Trainer, eigentlich dann wieder einer Mannschaft, die ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben sollte. Da kam ja wirklich nichts. Also die Hertha hat sowas von enttäuscht. Die Hertha war machtlos. Die Hertha wurde hin und her gespielt. Es kam nichts von der Hertha. Wirklich nichts. Zu allem Überfluss wurde dann noch Jovetic verletzt, ausgewechselt. Und dann merkt man doch schon, dass die Hertha dann vorne deutlich abfällt, wenn dann Jovetic nicht da ist, der eben auch in den Spielen, in denen sie jetzt Punkte gemacht haben, mit so der entscheidende Mann war. Ja, dennoch muss die Hertha hier nochmal eine Reaktion zeigen gegen Dortmund. Das wird auch für den BVB nochmal ein sehr kniffliges Spiel, weil die Hertha eben sicherlich zu Hause nochmal ein bisschen was zeigen möchte oder sogar zeigen muss, ist ja auch klar. Ja, der BVB hat standesgemäß mit 3-0 gewonnen gegen Kreuter Fürth, sich da nicht mit rumbekleckert. Aber auf der anderen Seite, man gewinnt am Ende 3-0 gegen Kreuter Fürth zu Hause. Dann muss man sich nicht groß beschweren, wie das dann passiert ist. Bei den Bayern sagt man, ach, das ist so souverän und so abgeklärt. Bei Dortmund sagt, oh, das war jetzt nur ein 3-0, das war auch nicht so überzeugend. Ja, in Ordnung, aber ich finde, der BVB wird dann manchmal doch irgendwie ein bisschen zu schlecht geredet. Marco Rose hat das auch gesagt und ich bin eigentlich kein großer Dortmund-Sympathisant, aber ich finde schon, dass ihm ab und an dann doch ein bisschen unrecht getan wird, den Dortmundern. Und ja, natürlich verlagert sich da viel auf Erling Haaland. Natürlich stehen da hier und da Spieler im Fokus. Und ja, der BVB hat den Anspruch an sich, sicherlich auch noch besser zu spielen, als das, was sie jetzt gegen Kreuter Fürth gemacht haben. Aber auch das war für den BVB eine anstrengende Hinrunde mit Schlüsselspielern, die teilweise fehlten. Deswegen den BVB jetzt so überkritisch zu beäugen, das finde ich auch ein bisschen hart und vielleicht sogar vermessen. Und daher, ich freue mich auf dieses Spiel. Der BVB will und muss eigentlich auch gewinnen, dieses Spiel, die Hertha. Ja, die Hertha würde sich wahrscheinlich am Ende mit einem Punkt sogar zufrieden geben, aber das dürfte auch schwer genug werden. Springen wir dann noch zu den Sonntagsspielen. Spiel Nummer 8, Freiburg gegen Leverkusen. Platz 5 gegen Platz 3, also eigentlich ein waschechtes Topspiel. Und ich finde, Freiburg hätte sich doch vielleicht eigentlich auch mal ein Topspiel verdient. Aber das soll dann doch Hertha gegen Dortmund sein. Naja, Freiburg hat jetzt 0-0 gespielt, wo er verloren ist. Ja, wurde jetzt ein bisschen zum Ende der Hinrunde bei Freiburg doch ein bisschen, was die Ergebnisse angeht, zumindest unerfolgreicher. Nichtsdestotrotz überragende Hinrunde und Freiburg wird auch zu Hause in der Lage sein, Leverkusen echte Probleme zu bereiten. Trotzdem gehen die Gäste hier als Favorit ins Spiel. Das sehe ich auch ganz klar. Patrick Schick in überragender Verfassung. Ist aber auch das gleichzeitig größte Manko bei Leverkusen. Schick hat, meine ich, so gestern gehört zu haben, die letzten 8 Tore für Leverkusen geschossen. Ja, wenn er dann da ist und zuverlässig spielen kann, was er jetzt aktuell macht, dann ist so ein Spieler natürlich Gold wert. Da beschwert sich keiner. Ja, aber es zeigt doch auch, dass Leverkusen, ja, auch ein bisschen unausgewogen vielleicht hier und da ist. Dann gegen Hoffenheim eine 2-0-Führung innerhalb von drei Minuten her geschenkt. Eine 2-0-Führung gegen Frankfurt zu einem 5-2 noch oder 2-5 aus eigener Sicht drehen lassen. Das spricht auch nicht dafür, dass bei Leverkusen alles glatt läuft und trotzdem, ja, Leverkusen hat mir trotzdem unter dem Strich doch sehr gefallen über weite Teile in der Hinrunde und dementsprechend erwarte ich hier eigentlich nochmal ein ganz gutes und unterhaltsames Spiel. Und das letzte Spiel Köln gegen Stuttgart. Köln gewinnt 3-2 in Wolfsburg. Das war auch stark. Marc Uth wird eingewechselt. Dreht einmal gemeinsam mit Modest und Kingsley Schindler vor allem das Spiel und geht dann wieder auf den Platz in der 90. Minute. Auch sehr schöne Geschichte und sichert sich extrem wichtige drei Punkte. Man ist jetzt im Tabellenmittelfeld wirklich gut angelangt, hat das untere Tablo ein bisschen, also das untere Drittel so ein bisschen zumindest, schon mal distanziert und wird hier zu Hause dann gegen den VfB Stuttgart am besten die Punkte und den Punktvorsprung nochmal etwas ausbauen. Und der VfB Stuttgart muss jetzt auch mal wieder gewinnen. Was heißt mal wieder? Sie gewinnen ja auch immer mal wieder oder hin und wieder, aber sie sind eben trotzdem nur 15 da. Um ihn herum gibt es Mannschaften, die auch dann immer wieder Punkte sammeln und wichtige Siege einfahren, so wie Bielefeld jetzt zum Beispiel. Augsburg steht unter ihnen, hat Punkte geholt. Also der VfB Stuttgart darf sich ja noch lange nicht hier irgendwie ausholen, machen sie natürlich auch nicht, ist ja Quatsch. Aber ja, es wird schwer für den VfB. Wenn er jetzt dann nach der Winterpause Silas vielleicht langsam tatsächlich wieder in die Form reinfindet, kann er natürlich nicht nach sechs Monaten komplett on fire sein jetzt direkt. Mittlerweile fast sieben, acht Monaten ohne Karlajcic. Na gut, das wissen die Stuttgarter deutlich besser nochmal als ich. Und der VfB, ja auch wenn sie jetzt gegen die Bayern unter die Räder gekommen sind, der VfB Stuttgart. Ich finde nicht unbedingt eigentlich, dass sie eine Runde, Hinrunde gespielt haben, bei der man jetzt auf Platz 15 stehen muss. Also finde ich schon doch relativ heftig, dass sie so weit unten platziert sind. Aber gut, das kann mit einem Sieg. Sie stehen jetzt drei Punkte, nur hinter Platz 11. Wissen wir halt, ja, das geht ruck, zuck, dass man da dann wieder ein bisschen besser in der Tabelle dasteht. Und ja, das soll es gewesen sein mit der Vorschau. Ich hoffe, wie immer es hat euch gefallen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten schönes Wochenende. Viel Spaß bei der Bundesliga. Genießt es nochmal vor der Winterpause. Haut rein und adios. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020